Oh, das schaut gut aus. Da denen schmeckt ein Brot aber. Sag, ist da eine Geheimzutat drin? Naja, wenn ich das jetzt verraten würde, dann wäre es ja keine mehr. Der Bauer, das ist ja kein Geheimnis, warum unser Brot so gut schmeckt. Nur Getreide, Salz und Wasser kommt da rein. Sonst nix. Am besten fängt der Tag mit unserem Bio-Brot an. Das streng nach dem Reinheitsgebot gebacken wird. Holt euch die besten Frühstücksrezepte in unserer Frühstückspension auf ja natürlicher Tee.